Brahma-Prasaditasana ist eine Stellung, die erwähnt wird in manchen Asana-Aufstellungen in traditionellen Yoga-Büchern, also aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, wird aber nicht genau beschrieben. Brahma ist der Schöpfer oder auch Brahman und Pras-Prasadita heißt Verehrung. Und eine einfache Weise Gott zu verehren wäre, du sitzt gerade, du gibst die Hände vom Brustkorb zusammen und neigst den Kopf sanft in Demut. Es nennt sich auch die Namaskara-Asana oder auch die Namaste-Mudra, eine Stellung, in der du Gott verehrst.